Ich bin schwanger mit dicken Bauch ins Krankenhaus und ein paar Tage später hat man so getan, als wäre ich nicht schwanger gewesen. Wo sind die Kinder hin? Wo ist die Schwangerschaft hin? Es gab keinen Friedhof, kein Grab, nichts, gar nichts. Ich habe nie meine Kinder gesehen. Ich glaube nicht, dass meine Kinder tot sind. Was haben die zu verbergen? Warum schweigen die? Ich will einfach wissen, was damals passiert ist. Wie soll man die Spuren dieser Kinder finden? Warum bin ich tot? Warum möchte mich die Welt nicht haben? Meine Mutti wollte mich erhaben.